Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Gruppenspiel, heute zwischen Ghana und der Niederlande in Gruppe C. Ich bin wieder der Kommentator DJ Detman für die schöne Gruppe C und heute sind wir in der Arena Pernambuco. Das Stadion ist natürlich in Massen ausverkauft und hier sehen wir niederländische Fans und auch die Fans von Ghana. Und wir sind auf 90 Minuten sehr gespannt drauf und jetzt gleich geht es los und die erste Frage, die wir uns stellen, wer setzt sich hier heute durch? Werden wir heute Tore sehen? Wir hören erst mal die Hymne von Ghana. Das war die Hymne von Ghana und da sieht man auch von diesem Fan, ja das ist sein Zuhause, das ist seine Heimat und jetzt hören wir die Hymne von der Niederlande. Das war die Hymne von der Niederlande, da sehen wir ein Public Viewing der Niederlande und heute ist einer K.O.A.O. von Bolivien. Der Schiedsrichter für diese Partie finde ich gut und wir werden sehen, wer sich hier heute durchsetzen kann. Hier sehen wir Ghana, Startelf im 4-4-2 Format, da kennen Sie vielleicht nicht die Namen Dauda als Beispiel, Oje, Aful, Hatsu. Aber von der Niederlande, von unseren Nachbarn kennen Sie mit Sicherheit welche, die heute im 5-2-1-2 Modus spielen. Wie als Beispiel De Vries, Martins Indy kennt man, De Jong, Snyder, Robben und Van Persie, die kennt man mit Sicherheit irgendwoher. Und Luis Van Gaal, der hat seine Jungs da sehr groß vorbereitet und die Niederlande darf anfangen und es geht los mit Robben und Van Persie. Und jetzt sind wir auf 90 Minuten gespannt, die hier diese Spieler durchziehen müssen. Wer kann hier heute die meisten Tore erzielen oder wird es Gleichstand nachher stehen, wie in der letzten Partie zwischen Argentinien und Mexiko. Wer diese noch nicht gesehen hat, kann ich nur sagen, die muss man gesehen haben. Rabiu, der ist erstmal zu wahres. Und auch hier gibt es dieses Ertasten der gegnerischen Mannschaft. Man möchte wissen, wer hier in dem Sinne der Stärkere ist und man möchte wissen, wo die Schwächen sind. Das ist ja ganz klar. Und jetzt hat Wesley Snyder direkt mal den Ball. Aber Robben, der ist ein bisschen zu langsam Dauda, schießend deswegen wieder. Und ich bin sehr gespannt, ob auch unsere Nachbarn, die Niederlande, hier etwas anrichten können, was Ghana eventuell nicht gefällt. Aber auch Ghana könnte sich hier gut meistern. Wir werden es ja wie gesagt hier sehen. 10 Minuten gleich wie noch 0-0. Jonathan hat jetzt den Ball zu Dauda zurück. Sicherheit geht natürlich voran. Und jetzt hat Devri den Ball zu Wesley Snyder. Rabiu, Jonathan. Und jetzt Fla. De Jong. Direkt mal hier die erste Chance von Percy und Robben. Aber De Jong hat jetzt den Ball. Also die Chance wurde leider nichts, aber wäre gut gewesen. Badu zu Guyan. Jetzt wieder Badu. Ja, die sind halt so dritt. Aber die Niederländer sind halt so 6-7. Und das ist viel zu viel. Jetzt geht der Ball zu Dauda in die Arme. Und der würde mit großer Wahrscheinlichkeit jetzt ganz hoch schießen. Ja, das tut er natürlich auch. Jetzt hat Rabiu den Ball. Und das ist gut. So weit ist es nicht mehr bis zum Tor. Rabiu. Weil da sind wieder zu viele Niederländer. Ja, das könnte zwar etwas werden, aber wird schwierig. Ja, Martins Indy war dabei. Ball weggeschossen auch vom Blind. Oder Blind. Jetzt mal ein Percy. Da ist auch noch Robben da hinten. Ist Iron Robben. Und Tor. Tor von Niederlande. Tor von Iron Robben in der 19. Minute. Super Tor. Robben freut sich. Die Niederlande freut sich. Louis Van Gaal freut sich erst recht drauf. Und auch die Niederländer beim Public Jungen im Stadion freut sich. Ja, da haben wir auch das Public Jungen von Ghana gesehen. Die haben sich nicht gefreut. Und da sehen wir Robben einfach mal rechts reingeschossen. Der Torwart springt. Aber das war mittlerweile zu spät. Der Ball ging rein. Und somit 1 zu 0 Führung für die Nachbarn. Die Niederlande. So, jetzt weiß Ghana mit wem sie es zu tun haben. Mit der Niederlande. Mit Louis Van Gaals Jungs. Die mit Sicherheit nichts davor schrecken würden. Ja, noch ein paar Tore zu machen. Und Ghana nachher alt aussehen zu lassen. Jetzt erstmal abseits. Und das werden wir hier jetzt grafisch sehen. Es war über der Linie. Auch wenn wir es gerade nicht sehen konnten. Fla. De Jong. Wesley Snyder wieder zu De Jong. Zu Blind. Oje, Badu. Azu. Ghana gibt hier deutlich Gas. Sie versuchen sich nach vorne zu dringeln. Aber Wesley Snyder jetzt. Jetzt zu Van Persie. Robin. Aber der geht ein bisschen weit drüber. Aber es muss ja nichts heißen. Gute Chancen gibt es hier trotzdem noch. De Jong. Jetzt zu Fla. Robin. Jonathan. Rabiu. Jetzt versucht der Junge es. Aber da kommen schon wieder zwei, drei Niederländer. Und der Ball wurde abgenommen von Arjen Robben. Jetzt zu Wesley Snyder. Der Ball ist aber trotzdem wieder weg. Badu. Da kommen wieder welche, die ihn den Ball wegnehmen. Bla. Boye. Jetzt aber Wesley Snyder. Der versucht es hier alleine. Passt zu Arjen Robben. Was macht der? Flanke. Nein, einfach mal. Flach geschossen. Und Wesley Snyder. 2 zu 0 für die Niederlande in der 29. Minute. Sie nutzen die Chance zum Erfolg. Und Luis Van Gaal, der freut sich hier richtig. Ja, und da sehen wir die Fans von Ghana. Die sind da nicht wirklich drüber erfreut. Kann ich gut verstehen. Ich kann aber auch den Jubel der Niederlande verstehen. Denn sie machen ja derzeit super Arbeit. Und langsam sollte Ghana im Kopf Klick machen. Um zu wissen, dass Niederlande ein gefährlicher Gegner in Gruppe C sein kann. Wenn das so weiter geht, dann befürchte ich nicht, dass die Niederlande Angst haben muss um einen Sieg hier im ersten Gruppenspiel. Varys hat jetzt den Ball. Und Martins Indy, der stößt nach vorne und weg. De Vries hat jetzt den Ball. Der geht zu De Jong. Snyder sollte den Ball haben, aber Bouye hat jetzt den Ball. Wesley Snyder bekommt trotz allem jetzt den Ball zu Arjen Robben. Und jetzt von Percy aber auch. Der geht zu hoch. Das wäre jetzt mittlerweile das vierte oder fünfte Tor für die Niederlande gewesen. So ist es aber leider kein Tor. Der Ball geht wieder weit hoch von Dauda. Jetzt Badu. Der schießt zu Azou. Aber da sind auch einige Niederländer. Er müsste flanken, ansonsten wird es nichts. Okay, er schießt zu Badu, aber da hat Martins Indy und De Jong den Ball bekommen. Jetzt Robben zu Van Persie. Van Persie weiterhin. Aber jetzt Bouye. Afoul. Afoul und jetzt zu Azou. Aber da sind wir halt auch die Niederlande. Versucht sich hier den Ball zu holen. Und das ist eben die beste Taktik. Einfach Ball wegnehmen, eventuell wegrätschen, ohne dass man den Gegner dabei erwischt. Und irgendwie eine gelbe Karte und ein Freistoß für den Gegner da reinbringt. Arjan Rauben hatte den Ball. Jetzt hat er ihn wieder. Jetzt die Chance, aber er geht knapp daneben. Heiliger Bim Bam. Da sehen wir es auch nochmal. Das war sehr, sehr knapp daneben. Ja, schon besser. Ja, 30 Zentimeter, ein Meter, wenn überhaupt. 40 Minuten gleich gespielt. 2 zu 0 nachher. Nach wie vor für die Niederlande. Der Ball geht wieder hoch. Direkt zu Varis. Aber der ist hier alleine und bekommt den Ball abgenommen. Jetzt De Jong. Aber auch Jonathan kann sich den Ball ja holen. Badou. Zu Rabiot. Was macht der jetzt? Rabiot. Klar, jetzt Badou. Es ist auf jeden Fall eine schöne Partie, muss ich bisher sagen. Ich denke, ihr stimmt mir dazu. Oh, jetzt ist hier Van Persie. Aber der geht auch daneben. Und auch wieder sehr, sehr knapp. Also, die Chancen sind da. Nur wenn der Ball daneben geht, dann kann man da nichts drum machen. Sie versuchen trotzdem das Beste. Bla schießt ganz hoch. Aber auf Vorleit jetzt den Ball. Der schießt zu Badou. Jetzt hat Rabiot den Ball. Rabiot zu Varis. Gibt es hier vielleicht noch ein Tor vorm Ende? Nein. Anscheinend nicht. Eine Minute nach Spielzeit noch. Oh je. Badou. Badou. Badou, der dribbelt hier jetzt gerade aus. Aber funktioniert das auch? Nein, Martins Indy ist dabei. Aber Badou hat den Ball wieder. Jetzt De Jong. Und jetzt ist er Ball auch weg. Jetzt wird auch eh abgefiffen, denke ich mal. Wann Persie hier? Ja. Ja. Das war der Apfel für die erste Hälfte. Jetzt heißt es erstmal kurze Pause. Sich vorm Trainer noch ein paar Worte anhören lassen. Sticke Lewis von Gal wird ein bisschen entspannter mit seinen Jungs umgehen. Als der Trainer von Ghana. Da sehen wir das Tor von Arjen. Robben in der 19. Minute der Niederlande. Und wir verlieren keine Zeit. Weshalb es auch jetzt direkt weitergeht. Jetzt darf Ghana hier weitermachen. Und das tun sie auch. Ich bin sehr gespannt, ob die Worte vom Trainer geholfen haben. Und ob sie auch zum Erfolg helfen werden oder nicht. Wie gesagt, ich drücke beiden Mannschaften die Daumen. Denn sie haben es echt verdient. Hier und heute drei Punkte mitzunehmen für ihre Gruppe. Damit sie ganz hoch kommen. Jetzt hat Rabiot den Ball. De Vries aber. Der kann ihn wegschießen. Aber auf Hul. Rabiot. Zu Ayu. Jetzt die Möglichkeit hier ein Tor zu machen. Aber Flava dabei. Arjen Robben. Jetzt zu Van Persie. Aber der Ball geht über die Linie. Ein Wohl für Ghana. Und da sehen wir Louis van Gaal. Der feuert hier seine Mannschaft an. Ja gut so Jungs. Macht weiter. Assamor. Der wirft. Und bekommt den Ball wieder zu Rabiot. Jetzt war es. Jetzt De Jong Martins in die Flach. Bado. Rabiu. Und Guyan. Und Tor. Da hätte man das jetzt nicht erwartet. Einfach mal flach ins rechte Eck. Und Guyan mit der Nummer 3 schießt in der 54. Minute hier das 2 zu 1. Und Louis van Gaal. Der sagt sich. Ja Jungs. Was war da denn gerade los? Ja die Niederlande freut sich da nicht so ganz drüber. Aber dafür die Fans die hier am Stadion sind. Und für Ghana da sind. Und natürlich auch die Leute beim Public Viewing. 2 zu 1. Unglaublich. Jetzt geht es sofort weiter und. Cute. Wieder cute. Iron Robben. Ich denke mal die Lieder. Der wird jetzt versuchen hier. Dann doch nochmal ein bisschen aufzupassen. Jonathan. Zu Boye. Guyan. Varis. Matiz Indy und Vlaa passen aber auf. Aber der Ball hat gerade an Guyan ab. Aber Blind hat jetzt den Ball. Zu Van Persie. Booye. Und der Ball zu Dauda. Jonathan. Und der wird direkt mal hier auf den Boden gelegt. Aber kein Foul. Rabio hat jetzt hier den Ball. Aber Vlaa der kommt einfach beim Vorbeilaufen. Dran vorbei. Und der Ball geht knapp da nie. Einfach mal beim Vorbeilaufen mitgenommen. Rabio muss raus. Dafür kommt Esirn auf das Spielfeld mit der Nummer 5. Frischenwind soll ja ein bisschen wehen. Und ich denke das wird auch super helfen. Wenn er genau den Anweisungen seines Trainers folgt. 60 Minuten sind hier jetzt gleich gespielt. Und jetzt hat Wesley Snyder den Ball. Der geht zu Van Persie. Aber da sind ein paar Garner da. Badu deshalb jetzt den Ball. Guyan. Aber Matiz Indy ist auch da. Badu trotzdem jetzt hier mit dem Ball. Und jetzt hier die große Chance. Aber abseits. Und es gibt direkt den nächsten Wechsel. Vares muss raus. Dafür kommt Ayu. Also das ist schon unglaublich. Zweimal hintereinander direkt einen Wechsel fasst. Azou. Guyan. Aber ich denke mal der Trainer von Ghana wird wissen was er da tut. Debris jetzt Azou. Weil irgendwann muss er ja ein bisschen neue Spieler kommen. Denn man kann ja nicht 90 Minuten ewig spielen. Manche können das einfach nicht. Und taktisch gesehen muss man dann auch immer wieder was verändern. Azou. Wieder Guyan mit der Nummer 3 hier in der 67. Minute. Und ja Luis Van Gaal der Weisheels. Jetzt steht es 2 zu 2. Jetzt ist wieder alles drin. Und die Niederländer die können es nicht fassen. Das sehen wir hier an dem Fan. Mit der Kappe. Und da sehen wir auch. Guyan der bekommt hier eine schöne Vorlage. Und schießt ihn dann rein. Ja der Torwart der war auch auf den Spieler der die Vorlage gemacht hat fixiert. Da hat er in dem Sinne gar keine Chance mehr. Deshalb jetzt 2 zu 2. Und jetzt ist alles wieder drin für Ghana. Aber auch für die Niederlande. Wer wird sich hier jetzt 3 Punkte sichern? Das sind noch etwas mehr als 20 Minuten. Wann Pursi? Ja aber jetzt Jonathan zu Bouye. Bouye weiterhin jetzt aber zu Gouda. Hat wahrscheinlich verstanden. Okay ich kann den Ball nicht weiterhin irgendwo hinschießen. Ich muss ihn da hinschießen. Jetzt Guyan. Der hat ja schon 2 Euro geschlossen. Wäre unglaublich wenn er auch noch einen 3. machen würde. Oje. Aufhol. Snyder kommt dazwischen. Aber Assamore. Jetzt zu Badou. Und jetzt Ayu. Devry. Assamore. Assamore kommt weiterhin gut voran. Aber jetzt Devry. Der sich den Ball einfach mal schnappt. Und Wesley Snyder. Aber Jonathan der kommt dann vorbei. Aber lauf weiter. Lauf weiter. Lauf weiter. Du hast den Ball doch noch. Aber verkackt. Der Jong. Wann Pursi. Jetzt zu Wesley Snyder. Wo ist Arjen Robben? Den sieht man auch nicht. Da hinten ist er aber. Hat den Ball nicht. Ayu hat dafür jetzt den Ball. Aber der Jong bekommt den. Geht aber trotzdem zu Essayen von Ghana. Und jetzt hat Azou den Ball. Aber man sieht. Niemand will sich hier die Chancen verschenken. Und 3 zu 1. Äh 3. 3 zu 1 sage ich schon. 3 zu 2. Wieder Guyan. Der Hattrick. In dieser Partie. Er hat 3 Tore geschossen. Hat er sich das vorgenommen? Keine Ahnung. Aber er hat es geschafft. Und Luz van Gaal. Der kann es echt nicht glauben. Dass seine Mannschaft hier jetzt zurückliegt. Und auch die Fans. Bei Public Viewing. Können es einfach nicht glauben. Dass die Niederlande hier jetzt mit einem Tor zurückliegt. Schönes Tor von Guyan in der 77. Minute. Aber jetzt die Frage. Kann die Niederlande sich hier noch ein Tor holen? Und zumindest die 3 Punkte anbieten. Und Ghana wegblasen. Van Persie darf jetzt hier einwerfen. Und der schaut erstmal wohin. Asamoah bekommt aber direkt den Ball. Und der geht wieder über die Linie. Ghana darf wieder esieren. Aju. Jetzt so Azu. Und der Ball soll weg. Es gibt Foul. Aber Vorteil. Aju. Jetzt ist die Niederlande hier ein bisschen frustriert. Das merkt man auch eventuell. Fla. Der geht weiter voran. Der will das jetzt hier alleine versuchen oder was? Keine Ahnung. Aber Aful bekommt ihr jetzt den Ball von Ghana. Oje. De Jong. Wesley Snyder. Wesley Snyder. Aber Asamoah bekommt den Ball. Und jetzt zu Jonathan Badu. Badu versucht es weiterhin. Das wird schon ein bisschen schwieriger. Die Niederlande, die checkt natürlich jetzt, was hier abgeht. Und Foul. Gibt es eine Karte? Nein, aber ein Freistoß und eine mündliche Verwarnung. Und ein Wechsel. Da bin ich ja mal gespannt. Oh, Badu. Der muss raus. Und wer kommt als frischen Ersatz für die letzten paar Minuten? Aqua. Aju hat jetzt erstmal den Ball. Aber beim Pursy nimmt ihn direkt ab. Aju aber dann auch wieder. Die Niederlande versucht alles, um hier noch ein Tor zu schießen. Denn sie wissen, wenn sie das nicht schaffen, dann haben sie nur einen Punkt in der Gruppe C. Und das wollen sie natürlich nicht. Sie wollen natürlich gewinnen. Und in die nächsten Finale kommen. Ins achten Finale, Viertelfinale. Und so weiter und so fort. Jetzt erstmal Essien. Aber Flau holt sich den Ball zurück zu Wesley Snyder. Ja, und jetzt war Percy der zu Robben. 90 Minuten sind jetzt und Tor. Tor von Arjen Robben in der letzten Minute. Die letzte Chance in diesem Spiel. Und Louis van Gaal weiß, was das bedeutet. Es gibt keine Niederlage. Und Garner, ja, da sehen wir es auch an dem Fan. Der ist frustriert, denn er weiß. Blöd. Jetzt haben sie doch ein Tor gemacht. Jetzt gibt es keinen Sieg, sondern mit 100%iger Garantie. Ein Unentschieden und eine 1-1-Punkte-Teilung. Gibt es hier nochmal die letzte Chance? Ja, Jonathan. Ich bin zweifelig weniger. Die letzten Sekunden waren Percy. De Jong. Jetzt hier nochmal mit der letzten Chance eventuell. Aber das war's. Das war's. Es wurde abgefiffen. 3 zu 3. Ghana, Niederlande. Das war's in dem Sinne von diesem Gruppenspiel. Bis zum nächsten Mal. Euer DJ Deadman. Tschüss.